Sie legen Wert auf hervorragende Qualitätsarbeit mit ausgezeichnetem Service? Dann kommen Sie zur Werkstatt des Jahres, dem Kfz-Meisterbetrieb Auto Dorner in Welden bei Augsburg. Wir stehen für 20 Jahre Erfahrung. Profitieren Sie von unserem exzellenten Kundenservice. Wir kümmern uns kompetent, zuverlässig und schnell um Ihr Auto. Dabei bietet Auto Dorner seinen Kunden die komplette Inspektion und Reparatur aller Fahrzeugmarken und Modelle und dies nach Herstellervorgaben mit Markenersatzteilen. Ob es sich um eine Hauptuntersuchung Ihres Autos handelt oder die Unfallinstandsetzung mit allen Abläufen der Schadensregulierung, wir sorgen für einen perfekten Service. Sie möchten noch vor dem Urlaub einen umfassenden Check durchführen lassen? Sie möchten den Radstand Ihres Autos noch schnell überprüfen? Wir sind mit unserem qualifizierten Team für Sie da. Mit modernster Technik und neuesten Diagnosegeräten sorgen wir für Spitzenleistungen. Natürlich reparieren wir auch zuverlässig den Glasschaden Ihres Fahrzeugs. Ob es sich um eine defekte Front-, Heck- oder Seitenscheibe handelt, wir übernehmen den fachgerechten Einbau. Sie können ganz bequem Ihre Winter- oder Sommerreifen bei uns wechseln lassen. Zu unserem Rundum-Service gehört das Reinigen der Felgen sowie das Wuchten Ihrer Reifen, damit Sie sicher unterwegs sind. Auf Wunsch bietet Autodorna Ihnen einen Abschleppdienst für Ihr Fahrzeug an. Manchmal gibt es Situationen, in denen es Ihnen einfach an Zeit fehlt, Ihr Auto in die Werkstatt zu bringen oder Ihr Wagen ist nicht mehr fahrbereit. Wir sorgen für Ihre Mobilität, indem wir Ihnen ein Kundenersatzfahrzeug zur Verfügung stellen. Der Name Autodorna ist unter den Ferrari-Kennern in Süddeutschland eine feste Instanz und steht für hohe Sachkompetenz rund um das italienische Auto. Daher vertrauen uns zahlreiche private Fahrer der Luxusmarke die Wartung an. Auch etliche Rennteams greifen auf unser Know-how im Motorsport zurück. Wir unterstützen die Fahrer mit unserer langjährigen Erfahrung und geben für ihren Erfolg auf der Strecke alles. Daher sind wir Reifenstützpunkt und fester Partner für die Wartung Ihrer Boliden. Darüber hinaus restaurieren wir gerne auch Ihren Oldtimer. Autodorna ist Spezialist auf diesem Gebiet. Zu unserem Service bei der Reparatur und Restaurierung von Oldtimern gehören beispielsweise Fahrzeugelektrik, Karosseriearbeiten und Motor- bzw. Getriebeüberholung. Wir wünschen Ihnen eine sichere und gute Fahrt. Autodorna in Welden, Ihre freie Kfz-Meisterwerkstatt mit einem ausgezeichneten Service. Wir freuen uns auf Sie, egal was Sie für ein Auto fahren im Autohaus Donner.